So einen wunderschönen guten Morgen liebe Leute oder späten, äh, späten Nacht. Würde es eher treffen, weil wir Chimilier-Samster kamen. Krass. Ich würde ich gestern streamen, aber... Ja. Jetzt bin ich erst jetzt. Bleib. Ich glaube, ich wollen mir das von Young Chili doch... Also das neue Outfit da bei ihm. Mal gucken. Äh, ob wir jetzt wieder 1000 Schirmen bekommen oder dass es halt nur zu viel war. Gestern. Vorgestern. Gestern haben wir gar nicht gespielt. 2000 Schirmen. Äh, läuft. Oh, ich darf den Doktor spielen. Na ja, geil. Ähm. Ich habe jetzt schon wieder 13.000 Schirmen. Moment mal. Äh. Ich glaube, ich brauche 21.000 für Young Chili's Thing. Oder? Ja. Ähm. Bisschen zu viel. Aber wir haben ja noch Outfit. Ja. Ich würde mir jetzt... Jetzt wegen der Jacke einfach. Ähm. Wollen wir zuerst... Überlebende spielen? Ich weiß nicht. Äh, für'n Doktor haben wir das eigentlich auch noch nicht. Wie viele Blüten unter 363.000? Naja, holen wir uns jetzt mal was für'n Doktor. Ah, ich glaube, das habe ich bei ihm schon, also, ähm, die Trophäen, deshalb. Hab' ich da jetzt noch Geflüste reingepackt? Ah, okay. Hm, wir machen mal weiter bei ihm. Naja, das wird dich gerade nicht. Ah, ja, da haben wir das erste Opferkuchen. Hass. Eisern der Jungfrau wäre, denke ich, besser zum Schreien einfach. Mal sehen, Opferkuchen nehmen wir ja auf jeden Fall mit. Ja, okay. Bruder, Katos und was schießen kannst du, das ist ein Orgela. Ja, gut. Komm' ich da hin. Ja, schön. Beständig. Oh, da ist kein Opferkuchen. Das ist schade. Na, wir haben aber noch Blutpunkte. So, jetzt können wir seine Talente fährten. Dann wir, ähm, zweimal Opferkuchen. Ja, okay. Ähm. Nice. Das würde mir nicht weggenommen. Das finde ich gut. Nochmal Apropos. Das ist ein, das Lichtgebauer, ne? Das andere ist Zahnschen-Taktik. Oh, okay. Tja, kann man nehmen wir das? Und da gehen die wieder. Ja, okay. Ähm. Ähm. Wenn es röse Schweine hat. Nee, komm. Dann haben wir errufte Krankenschwester schon mal, ähm, auf der dritte Stufe. Das ist gut. Ja, okay, war zu erwarten. Dass mir das jetzt weggenommen wird. Warum bekomme ich keine Opferkuchen mehr? Das finde ich frech. Was macht das nochmal? Was macht das nochmal? Ja, das nehmen wir immer so an. Bis in der Vorung 12, ja. Ja, ja gut. Wir haben da auch ein bisschen Blutpunkte. Was ist das jetzt? Beobachten und Zuschauen. Ja, von mir wird sich das eh nicht mehr ausgehen. Ne, wir haben keine Blutpunkte mehr. Geil. Egal. Ähm. Was habe ich nochmal aus der Vorführung? Zehn Schilinderimbleme. Oh, okay. Krass. Äh, statt Geflüste können wir eigentlich was anderes reinpacken. Ähm. Also, eine Jungfrau, damit sie noch öfter schreien oder keine Ahnung. Ah, das wäre schon was, oder? Hm. Was hat denn gerade das Notiz, ey? Vergrößert deutlich den Terror oder so. Also, okay. Äh. Interessant. Was macht schon denn der König? Hm, was nehmen wir da noch eigentlich? Ja, komm. Wir haben einen neuen Opferkuron. Das tut da rein, ne? Ja. Was macht das? Befragungskissette, die Spezialfächer-Jogpill wechselt von einem Kegel zum Strahlen mit einer Reihörte von 24 Meter. Okay. Nice. Ja, beim Doktor brauchen wir ja auch noch sicher andere Sachen. Ich dachte, wir würden schneller was finden. Wie lange geht seine Hintergrundgeschichte eigentlich? Ja, auch nicht wirklich so lange. Äh. Gehen wir uns dann nach der, äh, einer Runde. Ja, da haben wir eh schon wieder was gefunden. Nice. Ich dachte, der wird auch noch auf Börer drücken. Ja, danke. Komm, wir uns da drüber fragen. Mal schauen. Wie ist denn? Oh, wieder alle Opferkuchen. Einer hat Kuchen der Flucht gehabt, naja, aber viermal Opferkuchen. Läuft auf jeden Fall, wenn wir da wieder einige Blutpunkte bekommen. Justin, Product Manager, dieses Event war wirklich der Beginn von verrückten drei Jahren, die schließlich ihren Höhepunkt in der Veröffentlichung des Alchemisten aus der Geschichte fanden als unser Keller die Freude. Bis dorthin war es ein langer Weg, aber wir haben es geschafft. Ich glaube, das habe ich schon gelesen. Egal. Ich werde das jetzt aber nicht mehr machen. Ich bin gespannt. Endlich würde ich noch ein paar Runden Survivor spielen, aber ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Keyboard Musik zum Stimmen. Ob ich da überhaupt schnell was finde. Mit die Zeit. Marie Klaut. Schaut mal, wir haben die Beute nicht vermündert. Ah ja, okay. Versucht es mir auszureihen. Der Alphanten Klauen ist das beste Outfit im Spiel. Wir sind stolz auf die Schöpfer der Werbewerbs, Outfits und die Community, die uns super inspirierende Designs wie diesen hier beschertet. Ich muss echt mal in Ruhe das alles durchlesen. Nicht zu Herstück machen. Boing, boing, bunny, fang ist und bleibt eines meiner Lieblingsoutfits im Spiel. Wenn ihr mich mit fang seid, okay. Oh, ja, Marokkanwesen. Okay. Was habe ich jetzt als... Also, eine langen Frau, also. Ähm. So. Ah, da. Wie, die haben jetzt schon wieder einen Chen gemacht, ey. Hallo. Hallo. Also, ich muss jetzt noch ein paar Mal, also. Oh, nein. Warum? Ah! Ah! How the hell? Ah! 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 Die haben jetzt schon 3 Chance gemacht und ich habe nur einen gehittert besetzt. Meine Güte. Ah! 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 die cheaten doch, das kann doch nicht sein, dass sie so schnell eine Stimme zu machen ja Oh ja he We'll take it soon, eh? Was? How the hell? How the hell? How did they put that in place? How the hell? How the hell? How the hell? Okay. 5th Geburtstag als Bonus war. Naja. Und da bin ich wieder 13. Hab doch halt hierhin Punkte gemacht, ja. Läuft. Achja, ich war auch schon mal besser. So. Schau da. Das hätte mehr sein können. Aber das ist irgendwie, ja, Maokanwesen. Weil ihr jetzt nicht unbedingt so die besten Partien als Killer. Achja. 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 Das ist meine eiserne Jungfrau hat mir jetzt nicht wirklich was gebracht. ich habe jetzt auch wirklich gar nichts wenn wir brutale stärke einfach ja komm wie ist die hintergrundgeschichte von dem typ da er außergewöhnliche fähigkeiten in psychologie zeigte wurde hermann für eine besondere ausbildung in einem programm für vertiefende neurowissenschaft ausgewählt diese fand in ein geheimeinrichtung namens leeres gedenkinstitut in ilneus statt durch das gebäude gehört in wirklichkeit der cia dort lernte hermann dr otto stämper stämper oder stämper stämper kern und führte unter seiner leitung unkonventionelle und stets grausamere behandlungen durch umgefangenen in das institut geschickt wurden information zu erlangen es handelte sich nämlich auch um ein geheim gefängnis und um erziehungszentrum für zahlreichende feinde der usa seine freizügige anwendung der gewalttätigen elektroschocktherapie zeigte dramatische ergebnisse und erhöhte mehrer bedrohung für den erzahlen alles sicherheit da haben wir jetzt schnell was gefunden was muss ich noch mal mit dem machen viermal mit dem schocktherapie angreifen wir uns nur dreimal geschafft naja sind wir aber jetzt hinbekommen über die jahre hinweg wurde hermann als der doktor bekannt und niemand hinterfragte ob er überhaupt einen doktortitel hatte oder was mit den gefangenen geschah nachdem sie ihre informationen preis gegeben hatten erst nachdem der kontakt zu lehres gedenken institute eine woche lang abgebrochen war wurde das wahre grauen endlich aufgedeckt personal patienten und gefangenen wurden alle tot mit unterschiedlichen arten von kopftraumata aufgefunden alle mütterparte und gefangenen wurden identifiziert auch dr otto stampa aber von hermann dem doktor kater für die spur ok moment ich habe ja die krone von ihm jetzt vom doktor genau wieder alle opfer gucken ja das sind wir haben wirklich wieder alle geopfert ja gut und das muss aber jetzt und konnte der partie werden charity case jesse cura tester wenn wir auch in schwierigen zeiten optimistisch und unterstütze uns ein bisschen insettig ja sogar ja ja schaar ja 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 Ich habe keine Angst davor, euch neue Herausforderungen zu stellen. Okay, Marvin Projektmanager, kann ich einen privaten Witz über einen zuverlängigen Spiele schreiben? Hydrugs, okay. Welche von euch Zommerhausen will die nächste Karte? Interessant. Ähm, hm. Okay. Wie lange brauchen wir das jetzt? Wie lange brauchen wir das jetzt zu laden? Nach heuterer Archivmission. Cool. Aber ob er das heißt, das ist stationär. Okay. Mich da zurecht zu finden wird schwierig. Okay. 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 Ich bin verschlafen. Okay. 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 Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Gott, warum legt das so Hardcore? Ich glaube es nicht. Wo war das jetzt? Oh Gott, ich hasse die Map irgendwie gerade. Ich komme damit überhaupt nicht zurück. Oh Gott. 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 Was ist das? Oh Gott ey, meine Güte, was für eine schreckliche Mal, bist das, dumm Teufel, meine Güte ey, ich, was, ey. Ah! 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 Uh! Ah! 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 Was? Was? Haben die jetzt irgendwie Mitglied mit mir gerade oder wie? Boah, die sind noch rausgekommen. Naja. Uff. Äh, echt schwierige. Was sagt er da irgendwas zu machen bei einer Map, bei dem du überhaupt nicht zurechtkommst? Uff. Ja, Trauer geht ja richtig wenig. Ne, die haben jetzt aber auch nicht wirklich viel mehr Punkte gemacht. Ach, da meine Gitter. Ne, da muss ich was anderes spielen. Ähm, bei der Legion da würde ich ähm, schneller Punkte machen. Naja. Ja, das mit dem Doktor ist doch nicht so mein Fall. Oder nicht auf der Map. Äh, warum zum Teufel habe ich hier schon wieder... Ich muss da öfters hin, ey. Das mit dem ich mich zurecht finde. Spielen wir mal die Legion, da haben wir das eigentlich noch gar nicht. Und dann haben wir wieder einigermaßen Blutpunkte. Ja. Ich hab noch drei Opferkuchen. Ich hab noch was zu machen. Und dann haben wir das. Ich hab noch mal die Aufkarte nicht. Oder ne, hab ich nicht. Hab ich das letzte Mal verkackt? Oder verpeilt? Vergessen. Da können wir dann schön unter den Emblem machen. So, da steht dann ein paar zu weit. Was ist da? Okay. Egal. Wir haben was. Why not? Oh, zweimal Merkord, nein, ja. Der Retimer, tief erfunden, okay. Opferku habe ich, oder? Ja. Dann muss ich wieder den Geist spielen. Weil ich bei anderen Killern keine Opferku habe. Das wäre noch nicht der nächste Killer, den ich überhaupt spielen möchte. Wenn ich beim Geist noch verstörende und Raubteer hätte, dann könnte ich mit ihm noch, ähm, gut. Ah, Blastprinz fahren. Oh, wow. Einverstehender der Eichhals. Ah ja, okay. Dann sind es nur drei Opferku. Schade. Auf, äh, die wir starten. Auf, äh, backhand-Entwickler sind wir Nini aus. Niemand weiß, äh, dass wir hier waren. Bis sie, in der Arrow-Message, sehen. Ja, da hat er jetzt natürlich gerne die fünf Opferkuchen-Dingeste gehabt. Naja. Wofür machen wir dann auch noch ein, zwei Runden aus der Legion. Ich glaube, das wäre eigentlich sinnvoll für, für die Blue-Punkte. Äh, die Frage ist, mach ich dann, äh, mit der Legion weiter, oder? Wen könnte ich denn noch spielen, jetzt dann, um gut Punkte zu farmen? Mit dem akranischen Tonstudium-Synchronspieler, äh, okay. Joffrey. Es war toll, die ganze, äh, Fan-Art zu sehen, die, äh, so schnell nach der Verö- Veröffentlichung des All-Kill... Ähm, Kapitels kam. Danke für eure Unterstützung. Ich kann echt nicht mehr reden. Oder liess ein bisschen gesagt. Ja, reden kann ich auch nicht wirklich, aber, was ist das? Äh, danke fürs Spielen, wo ich schon, äh, Aufmerksamkeit habe. Äh, Aufmerksam gehört habe. Vergesst nicht viel Wasser zu tragen. Achso, das habe ich schon mal vergessen. Ich weiß nicht. Ich bin gerade ein bisschen... Durchdannert. Nur um Konzentrieren. Ich bin einfach müde. Schon wieder? Wie oft kommt denn jetzt die Map? Aber, meine Art, dann lerne ich die Map besser kennen. Wo könnte denn die sein? Boah, meine Güte, ey. Ich werde noch wahnsinnig bei der Map. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Das ist kein Problem. Wart zu erwarten. Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Wo zum Teufel sind die Haken, ey! Ah, da... da unten, ey. Zu weit weg, ey. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Was? Ach, meine Güte, ich hasse den App. Ach, meine Güte, ich weiß nicht. Meine Güte, ey, was ist das? Irgendwie wirkt das gerade so hardcore. Ach, meine Güte, ich weiß nicht. Fick mich doch, ey, was ist das zum Teufel? Warum legt man das Spiel so hardcore, ey? Was hat mein Spiel gerade für ein Problem? Dass es seit Tagen nur noch am Längen ist, ey. Das ist vielleicht die Map, oder? Was hat er? Moment. Ich hasse den Map. Habe ich das schon gesagt? Ich hasse den Map. Oh, wo bin ich da denn gelandet jetzt? Ey, was ist das zum Teufel? Ey, was ist das für eine Map ey? Meine Güte, wie? Ich habe zwei Marken. Ich habe zwei Marken. Das gibt es doch nicht ey. Ja, fick mich doch ey. Farsch mich doch, ihr scheiß Survivor, meine Güte ey. Ich könnte ausrasten bei sowas. Unglaublich. Ey, kann ich jetzt bitte eine andere Map haben? Bitte. Ey. Mir wird das jetzt echt schon wieder zu viel. Ich will Blutpunkte farmen und so kann ich keine Blutpunkte farmen. Es wird sich so eine beschissene Map ausgedauert, auch wenn es schön aussieht. Es ist einfach nur beschissen. Aufgebaut. Oh, meine Güte ey. Zum Legtes, äh, extrem Hardcore. Kann ich jetzt so langsam bitte eine andere Map bekommen ey. Das wäre großartig, damit ich mal Blutpunkte machen kann. Ey, das ist jetzt echt nur noch zum Kotzen. Dann müsste es eigentlich relativ schnell gehen. So. Ich würde jetzt liebend gerne wirklich Blutpunkte bekommen. Aber wenn es so weiter geht, dann, äh, wird da auch nichts wirklich. Das hat der Geil. Ich hätte schon eigentlich mehr bekommen sollen. Naja. Und ich habe bei ihr immer noch nicht die Krone bei der Legion, oder? Ach Gott ey. Das habe ich auch wieder vergessen. Das könnte in der Gruppe sein, wo ich keine Probleme haben sollte. Oder weniger Probleme haben sollte. Hoffentlich. Es sei denn, wir haben wieder die scheiß Polizeistation von Racken City ey. Ich weiß nicht warum, aber ich komme mit der Map gerade überhaupt nicht klar als Killer. Wie zum Teufel, ähm, bringen die so schnell die Chance durch ey. Wahnsinn. Ah. Würde die Sache nicht bei mir so extrem halt rumlenken, dann würde ich die auch nicht immer so schnell aus den Augen verlieren. Das Apex Legends hat ein Update. Wow. Ich bin der Einzige, der was geopfert hat. Ach komm. Ey, jetzt gönnen die echt nicht mehr die Leute. Und ich bekomme einfach nur Scheißlobys gerade. Einzelne Überlebenden bitten schon seit langem um eine Möglichkeit Totems zu zählen. Wir hoffen, sie freuen sich über das neue Niederwild-Update. Ah. Das ist aber schon uralt. Achso, noch mal. Moment mal. Äh, gar nicht so alt. Niederwald hatte ja vor allem ein anderes, ähm, ähm, Funktion. Das Talent. Das wurde ja jetzt überschrieben. Ich werde meinen Kindern auf jeden Fall das Wiegenlied der Egerin beim Zu-Bett-Gehen vorsehen. Oh. Große Döck. Ach ja. So viel zur Krone und, ähm, Dingform. Muss ich das dann doch, ähm, am Morgen machen und dann, äh, ich weiß nicht wie ich das mache. Aber dann muss ich heute, heute ist der Samstag heute, ähm, Bergwatersunf-Nice. Ähm, ja, das muss ich heute, denke ich, beides machen. Oh, Overwatch interpretiert. Oh, Overwatch interpretiert. Und es lag wieder Hardcore. Ey, was ist das zum Teufel, als wäre mein Internet gerade so scheiße. Oh, wow. Ich bin runtergekommen. Oh, wow. Ich bin runtergekommen. Wo ist das denn zu? Wie ist das denn zu? ja hier ja ja m ich sehe nichts aber ich weiß dass du irgendwie in der Nähe ist Ah! Ah! Oh! Oh Gott, bin ich verändert, Hilfe, was? Ah! 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 Oh, oh, oh. Ich stehe mich gerade auch richtig behindert an, oder? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. God. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wo zum Teufel sind die, scheiß, zum Teufel, wo zum Teufel sind die, meine Güte, ich Ich raste gleich aus, ey Wo sind die verfickten zwei Weiber, ey, meine Güte Ey, das kann doch nicht sein, dass ich die so schnell aus den Augen verliere Das könnten die, äh, verhexen oder so Meine Güte, ey, was ist das zum Teufel Ey, warum, warum hinterlassen sie keine Kratzspurne, ey Was ist das zum Teufel Ja, das Spiel ist verpackt oder so, keine Ahnung Ey, das hatte ich noch nie Was zur Hölle, ey Was zur Hölle ist das gerade Ich verstehe das nicht Ah! Ich raste aus, ey Oh, wow, ich hab mal was getroffen Ich bin erstaunt, ey, meine Güte Ich bin erstaunt, ey, meine Güte Ich bin erstaunt, ey, meine Güte Ey, was ist das zum Teufel gerade, ich verstehe das nicht Ich bin erstaunt, ey, meine Güte Einnig Oh, oh, oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, die Wäste, die Filetten ja richtig geil. Ah, da. Jetzt habe ich sie schon wieder aus den Augen verloren, glaube ich. Ah, da. 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 Recht hat sie Bohnenluke? Die habe ich mir angebildet, oder? Die sind der andere Schaui Okay. Da wollen wir auf jeden Fall Kratz sparen. Die haben sich gerade geheilt. Schön. Schon ein bisschen weit weg. Die Urgence. Die sind da. Wo sind sie zum Zweifel? Da ist noch eine gewonnen. Hatten die keinen Bock die Kronen auszusammeln oder was? Ah, die sind hier. Es ist nicht so hart zu lecken, oder? Das ist nicht so hart. Das ist nicht so hart. Aber das ist nicht so hart. Das ist nicht so hart. Ich bin so hart. Das ist nicht 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 so hart. Okay. Also verstecken können sie sich. Das ist nicht so hart. 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 Oh Gott. Okay Oh wow, ich stück fest Ach du meine Güte Oh wow, ich stück fest 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 Okay Okay Oh wow, ich stück fest 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 1 habe ich ein durch die meisten opfer kuchen hat auf jeden fall was sind das zu mir wenn es präsent ist aufhören jetzt kann der opfer kuchen mehr zyknoten knöpfe macht die jammer knöpfe vollkommen geräusch ist das gefühl ja irgendwie gibt es nicht mehr so krass die opfer kuchen ja was haben wir da raubt hier da haben wir wieder zwei verkuchen gar da haben wir 40 gebraucht da sind das andere kein ausweg da sind wir 40 gebraucht da sind wir auch für kuchen hauptghost der wiese da sind wir immer wieder gut was macht die knochen knöpfe kann die empfänger immer richtig ok kann ich mal ausmachen oh wieder zwei opfer kuchen ich glaube ich werde nur noch den geist spülen aber ich kann k.o. weg machen und dafür raubt hier rein nehmen vier blutpunkte wenn ich da das gleich wieder rausgehe also wenn ich irgendwann mal wieder blutpunkte erfahren möchte weil beim geist habe ich nicht mehr da habe ich auf jeden fall viele opfer kuchen und ich denke wir machen dann noch eine runde gespenst das würde bei ihr auch und die krone und dann dürfte das ich werde jetzt denke ich so machen dass ich dann heute noch aufstehen und vormittag mit der overwatch anfangen und abends dann wird er dann nachher das war mir jetzt irgendwie zu kurz mit den zwei stunden finden wir nichts mehr oder was so 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 Da haben wir was. Wow. Zweimal Flashlight. Fällt mir irgendwie nicht so. Aber gut. Sind wir schon in Kinti vielleicht? Allerdings, ich müsste eigentlich mehr Ding machen. Oh, ein Zombie. Mehr Doppelgehalt, äh, mit Überlebenden und so. Ach, hallo? Dreckt keiner auf dem Rad. Ne, nur der Opa. Opferkuchen. 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 Nice. Nochmal Opferkuchen. Nice. Schön, wir haben alle Opferkuchen geopfert. Das ist schön. Jetzt muss die Runde nur noch gut laufen. Junge, es treffen sich zwei Blitze hinschlaugern. Ah ja, das kennen wir schon. Das ist geil. Das ist geil. Okay. Äh, Overwatch müsste jetzt an der neue Season angefangen haben, glaube ich. Äh, Rack Season meine ich. Sprech nie wieder mit mir oder meiner Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin. Okay. Okay. 3T. Oh, Bergwatersampf. Mal schauen. Mal schauen. Ah, ich hab da was gesehen. Mal schauen. 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 Was? Ich bin aber auch überall fest. Ich bin aber auch überall fest. Ich bin blind. 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 Wo zum Teufel? Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind. Ah, die habe ich jetzt nicht mehr bekommen. Was? Na! Ich bin blind. Oh man! was für nix was wie ich verstehe das nächte wie zur hölle habe ihn jetzt nicht getroffen was das spiel verarscht mich gerade so richtig hart ja gut ich auch keine ahnung ja ich dachte ich würde schnell an blutpunkten kommen na ja ich muss das die nächsten tage unbedingt ausnutzen ich werde jetzt was der magorgon oh cool wenn wir dann mal angehen heute abend würde ich sagen ich gehe jetzt offline das mit dem geschwänz machen wir dann beim nächsten der peter jetzt gehört dann vermutlich wenn ich wieder aufstehe overwatch stream und dann zugegenabend wieder der peter hat ich wünsche euch noch einen schöner restlichen abend beziehungsweise nacht und ja bis später würde ich sagen wenn ich wieder aufstehe bis dann 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 bis dann